moin freunde zu einer weiteren runde league of legends runde wir sind gerade sind wir glaube ich und wir haben knapp 90 punkte 90 80 punkte sprich das spiel jetzt will der promo zu silber 4 und dann war auch schon das finde ich schlecht naja kommen wir kommen das frage müssen wir ein bisschen aufpassen hätte das nicht wenn wir sind wir sind sie bei einer weg habe fragt er auch wie es aus jim oder name wurde haben und sagt ok scheiße hätten mich am liebsten so wie kunden gespielt ist die sache ist sie wenn als support haben bei ein gallium ich weiß jetzt mal derzeit jungle top lane support so ist die hauptrolle man spielte zeit team und team und jane okay team und jane talia ist mit leben und zuerst hat top leben top den von gegner scowen dahin als lange was ein bisschen besser das als ein tivo weiß ist mit lane graven und putz krank sind in der bot lane ein main team so problem okay das noch nicht das mal ruhe fahren müssen gucken wo sind die und so weiter ich war wenn so lange nicht mehr spielt hau die schütze das ging schon relativ gut los für uns zumindest für den gegner gar nicht manchen natürlich den apm wonder bis die frage da gaben familiens für die gang schön gemacht okay lang kein wenig spiel keinen langen wenn wir spielt ich habe nämlich in letzter zeit eigentlich nur jungle hikel spielt wo der ergebnis besser also play ist eigentlich vorprogrammiert zu sagen geile bot lane ist halt tanky ist der typ timo will runterkommen ja schade und wer wurde weg gewesen und ich muss kein problem sein das hat nicht der timo vor der fläche hat aber ich weiß ich würde ihm schon gespielt ist ehrlich okay wir mit euch haben gehen bist familie text schade ob wir mit jetzt verkündet scheiße alter dass wir gratis auch scheiße was soll ich das problem sein soll die dunkelheit sollte nicht zu tun dafür kann ich also warum ja stimmt wäre auch schlimm welches tier wäre eine elefant oder so dann können wir noch bekommen er will zu können kamen sind wir erhält so spät in silber das heißt du was er hat noch wards müsste eigentlich mehr pläsen ich habe keine minuten zu bekommen in letzter zeit gerade okay Okay. Da ist kein Ding, aber easy. Nein! Oh f**k! Wir dürfen direkt durch das Mini-Wave. Kommt da her. Schön, schön, schön. Oh, so ein nice Play. Oh, schön gemacht. Wer ist in der Mitte von dem? Und Timo hat sie executed. Ich nehme auch schon die Minis hier. Und dann können wir eigentlich weggehen. So, ich geh' back und dann hab' ich noch TP. Obwohl, ne, warte. 119 Goals sind noch benötigt. Da wäre noch benötigt dafür. Hat schon mal nicht geklappt. Oh, fu fu. Was schade? Okay. Neck, raus die Grip. Ne. Das war nichts. Weg, 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 weg. Was ist das? Das war kackig. Ich bin in den Käppel gekommen. Bei je nach was. Okay. Fufufufufu. I can not escape. Okay. I can not escape. Ja, ist in Ordnung. Ich weiß gar nicht, welchen skillet. Ob man zuerst die andere skillet hier. Die, äh, die W oder die E. Jetzt ist das. Kann ich echt sagen. Nein. Find ich nichts mehr. Ähm. Wir holen Wards, wir holen ganz viele Wards. Okay, wir machen jetzt ein bisschen Damage. Okay, geil, yo. Wir gehen mit dem Bitter Tank, mehr ist es denn nicht. Oh, farbend haben wir hier komplett. 20, hier ist es mehr. 20 Minus. 3-0. Mit der ist der Ansage. Jetzt hätte ich die Frage, ob wir das noch machen können, aber wir drehen können. Okay, botlane ist ein bisschen. Okay, botlane ist ein bisschen. Oh, das wird so nix. Oh, das wird so nix. Was wollen wir uns jetzt machen? Okay, da war. Jetzt können wir das Wetter noch den Tower holen. Ich kriege die Tower. First tour, haben wir willkommen. Es war Wurf, es ist voll okay. Ach, hast du überhaupt verkackt. Tja, es war nichts. Okay, okay. Schön. Komm, guck mal ran. Schön. 4-0 Vayne, Alter. Holy shit. 2,8k Gold. Jetzt brauchen wir uns, denke ich mal, zuerst KDU. Und dann hätte ich gesagt, Blade of the King sogar. Da hat's gemerkt. Ich muss weggehen eigentlich. Wir haben doch ein bisschen gesammelt an Gold. Okay, 3 Bot Lane. Oh fuck, kommst du weg, kommst du weg? Oh, was klappt. Ah, einfach safe spielen. 3 Bot Lane, das ist keine Chance. Ja, da ist irgendwas zu halten. Ich wüsste eigentlich roam, aber bist du top lane, ist das auch schon ein bisschen heavy. Ach, Blade of the King ist mit lane, okay. Weiß ist auch mit lane jetzt so. Draven ist ja da. Oh, uff, 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 uff. Das ist böse. Der Weiß wird richtig böse. Okay. Den haben wir. Nein, wie viel der Weiß ist schon ein bisschen anders, ne? Ich mach auch ein bisschen Aua. Static haben wir auf Bluetooth, die man dir auch was bringt. Okay, Taya ist unten in der Bot Lane. Schöne gemacht, ne Bot Lane. Draven lebt. Können wir irgendwie top lane um? Ja, ich würde gerne, ich kann aber noch machen. Oh mein Gott. Okay, ich komm mit lane. Okay, da müssen wir mit lenken kommen, das geht's nicht. Okay, ich komm mit lane. So, farm noch mehr als Raven. Bis es noch mehr Kills, also ganz schön viel Kills erhält. 5-0, Vayne Na, kommt der, grab Oh, wise, 6-1, ey Räuchte ein dumme nix, glaube ich Okay Clash ist raus Oh fuck Schlimm ist ja alles so, oh, 2-8 Talia Oh Talia Talia Ich stehe auf jeden Fall nicht schlecht Der Quersatz muss machen irgendwie Sollen wir ein bisschen push machen Jetzt ist er wieder da Ich gehe mal nach Ach, ah Ja, GG Alter Du hast den Weg versperrt Wir können easy win Okay, easy nicht, aber es ist schon eine Herausforderung Wir müssten das, wir könnten das sogar echt gewinnen Brauchen wir halt nur dumme nix Brauchen wir halt nur dumme nix Weil die haben ja bis dato alles dominiert denn Ach, ich habe nicht mehr Schuhe Oh, äh, ja Ach, ich habe nicht mehr Schuhe Oh, äh, ja Den Gaston auf jeden Fall Den Gaston auf jeden Fall Den Gaston auf jeden Fall Okay, da geht er nach unten Ist halt schon wirklich ein ekelhaftes Gegner-Team Was fett ist Hier vom Begrad ich nur fett und Äh, Talia hat die meisten Kills Noch ein zweites Aber es war es auch schon Wir können kein Teamfight gewinnen 2, 0, 5 5, 0, ich 2, 9, Talia 1, 4, Timo 0, 2, geil, hier ist er nichts 0, 2, 4, ist er voll in Ordnung Okay Das war gerade mega bad Was alles super gemacht? Kriegen sie ihn auch noch? Ist die Frage Okay Okay, hier ist raus Er konnte ja erst Dexter bauen Das macht er clever Komm, komm Ah Das hat mir angekommen Ist doch eine harte Nummer Ist echt eine harte Nummer Wir brachten gerade eine Menge Gold Eine richtig große Menge Gold Brachten wir Wir brachten gerade eine Menge Gold So So Jetzt müssen wir weg gehen Dann müssten wir Oh fuck Ah Der wollte gerade hinrennt zu uns Aber wir haben gesagt Ne, ist nicht Na ja, sieht man Wir brauchen ein bisschen Lebensraub Bringen auch Lebensraub Bringen auch Lebensraub, oder? Wurde ich einmal das hin? 15% 15% Lebensraub Wurde ich mal Wurde ich mal Okay, jetzt mal Ja Die von mir muss halt zuerst raus Jetzt als wenn Platz Timo fällt Wenn euch was auffällt, ne? Achten mal drüber Muss man doch achten Die waren bis jetzt immer Echt immer in der Überzahl Und fokussieren tun sie immer uns Was soll uns alles machen? Ganz ehrlich Wir sind die, die überhaupt damage machen Too much heat Too much heat Haben wir Haben wir Haben wir auch wieder Ich brauche mir einen Bergen jetzt Geil Ich muss halt jetzt wirklich Scheiß über zu vertanken Damage machen wir genug Das muss man nur noch Geil wieder rausnehmen Schön 9,2 Timo wird längst auch wieder Mein Timo fährt das eh übelst nervig Ich glaube mit einem fetten Timo ist das nervigste Dass du da haben kannst Im Team Oh, Monten Drake Kriegen wir nicht Ja, schade Ja, schade Ja, fack Komm schön Schön gemacht Ich spiel gerade mega gut aus Und nutze ich auch gut aus Richtig gut Komm ruh Gute her, aber auch Oh, muss noch raus Oh 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 Gut Den haben wir Wie kippe ich das Geht gerade ein bisschen Bisschen dort sogar Zwölf, zwei Wellen Holy shit Du musst halt Weiss mal rausnehmen Weiss und Diana Wie ein Wie ein Perfekt ausgenutzt Perfektomatik Jetzt können wir uns glaube ich Direkt dieses Dominix holen, oder? Obwohl, warum Wir können Blut zuerst erholen sogar So, nehmen wir das und holen uns Blutdürster Und ehrlich gesagt von uns Dumme nix Oder Schlund sogar Wanne, wir gehen da voll rein Aber zu zweit brauchen wir nicht Das ist halt die einzige Damage machen, ne? Protect the ADK, ob ich das Jetzt angesagt hast da kann man ja müssen aufpassen da brauchen wir Wort schön da muss keiner die Wort vorgehen glaube ich doch einer oh die Ulti hat ein bisschen weh getan ok der ist weg oh fuck richtig schön auch schön ein gutes Teamplay oh la la ich hoffe wir es noch verlieren konnten ganz ehrlich ja das war schön das war eine richtig schöne Runde das war schön das war für eine Runde League of Legends und ich würde sagen man sieht sich am nächsten Mal und bis dahin Wiederschauen und eingehauen auf 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 Vielen Dank.